und hiermit herzlich willkommen zurück zur let's play paper mario die legende vom millionentor ja es kann mit so circa zwei wochen keine videos mehr ich war erkältet hat man vielleicht auch in der letzten part auch gemerkt haben mich jetzt etwas ausguriert dann kann die arbeiter zwischen mit mehr zu tun ich bin müde k.o. und ich habe vergessen wo ich eigentlich hin wollte aber ich glaube ich wollte zurück in die erste welt bei uns möhlen oder wieder die doch hieß uns gesagt dass wo irgendwo was ist hinter der wand was uns für unsere partner wohl besonders wichtig sein könnte und deswegen gehen wir mal zurück in den burg die burg was sagst du denn immer noch spiel ich glaube der sagt immer dasselbe ich habe auch mal was anderes wie octodad oder fire emblem ja ich habe auch seit neuestem neuen upload planen kommt jetzt jedes wochenende samstag und sonntag weil ich wirklich pro video ein kapitel machen möchte und dementsprechend mir auch da zeit lassen möchte so mach mal saugmatz habe ja eh genug auch kaum noch erfahrungspunkte ich habe gerade wirklich so ein gefühl ob ich das nicht vielleicht schon mal gemacht habe aber ich glaube nicht so lange ich hätte in der letzte folge schauen soll bei wendel machen wir das jetzt alles gerade voll umsonst so ich kriege eh kaum noch erfahrungspunkte mit denen ich habe doch mal gezückt nein halt nicht eigentlich habe ich mein stachelohren drauf ich weiß es nicht ich möchte einfach ich möchte einfach einfach die münze ich glaube den weg zurück gehe ich gleich durch die andere röhrer ist näher dran irgendwo in der burg ist was ich glaube ich fliege wieder eine runde flipp ich meine ich weiß wo es ist da wo die verfluchte truhe war also es ist noch ganz am anfang so alles halb so wild zumindest das habe ich nicht verlernt ok müsst ihr eigentlich hier irgendwo sein ich dachte hier na komm her na komm her na das war ich hier ok na 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 ich habe kaum noch bp punkte ich kriege einen bp punkt zurück das ist doch schön irgendwo bade raum oder hier ich glaube ja ja der raum bacher das war ja irgendwie klar dass ich da reinlaufen wie viele gegner sind bei herz jetzt erst gleich gesehen achten menschen das was ich nutze jetzt einfach mal ein bisschen sternen energie wenn ich bis die bp punkte wieder zurückkriege und verlass ja gut die bp punkte kriegen wir zurück nice so und dann kann ich flüchten damit habe ich jetzt nicht recht das war der raum genau hier also war mal hier noch gar nicht ja 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 wir gehen ja gleich zurück nach rohling ein ultrapfeiler halten fragt irgendwen zauberhaften was das hier bedeuten mag merlin hier wie kaum ich muss die verlangt ich will aktiviert werden eigentlich so rauskommen ist mir eigentlich sehr einfach gegner sollte ja nicht alle response sein eigentlich finde ich es ja aber angenehmer wenn die röhren alle bei den dungeons spawnen würden und nicht so kilometerweit entfernt aber gut meine persönliche einstellung nur meine persönliche meinung ich glaube wir sind eh gleich draußen ich habe ganze zeit von der sentence via dieses lied mit kopf und so weiter und so fort aber gut jetzt brauche ich wieder mein joshi yoshi wouter so joshi Für eventuelle Ohrenschmerzen nehme ich keine Haftung. Flop, 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 Flop. Warum ich immer noch nicht da hochkomme? Nicht das Backpusten. Das ist doch so verdächtig. Als ob ich nur hier draufkomme, wo nix ist. Ja, wie soll ich denn sonst draufkomme? Ist hier irgendwas? Ich kann ja auch nicht, ich kann ja nur so. Oder warte eben, ist hier was? Naja. Irgendwann komme ich noch zu der Röhre da. Jugend one. Ich denke mal, das ist was später. Wollte eigentlich voll mit einem Hammer draufschlagen. Zumindest verliert man hier keine Punkte. Bedingungsweise Geld, wenn man flüchtet. So wie im ersten Teil. Vielleicht kriegt man jetzt auch eine Fähigkeit, dass wir mit dem Schiff auch noch springen können. War ich denn eigentlich da unten schon? Ja. Hm, wie kann ich euch helfen? Ultrafile. Was gibt es? Ihr habt den Ultrafile? Der Ultrafile? Hm. Oh, natürlich. Das hier ist der Ultrastein. Das also ist der Stein der Sinn der Offenbarung. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn damals dort unterm Dach eingelagert habe. Damit kann der Rang deiner Freunde noch weiter erhöht werden. Möchtest du den Rang eines Freundes jetzt erhöhen? Komm, mach mal so nach der Reihenfolge. Rangus Aufus. Aufus. Rangus Aufus. Auf. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Natürlich. Und zwar geht's von Arona. Mit Nebelwand schützt die Mario vor Attacken. Das ist praktisch. Ja, Rangus, Aufus. Aufus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Aktuell nicht. Ja, wir schauen gerne mal wieder vorbei, wenn wir genug haben. Mit den Nebensierungen war ich durch, oder? Also mit den Nebenquests sind wir echt up-to-date. So, wir sollten ja gemäß Doktor Professor Gumbart nach Palmon gehen. Zu Palmon. Weil wir brauchen nämlich ein Zugticket. Hast du irgendwas im Angebot für mich? Ultrapilz. Ne, Bulaken. Ne. Schade. Nichts Brauchbares dabei. Ultrapilz habe ich eh schon genug. Glaube ich. Ne, ich muss Supermon, aber ich muss mir jetzt nicht die ganzen Sachen nochmal erkaufen, ne? Kann ich nicht direkt hier so eine Abkürzung bauen. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, ne? Ne, funktioniert nicht. Nie funktioniert es so, wie ich es möchte. Hallo Palmona, wir brauchen mal wieder deine Hilfe. Gott, was ist denn mit dem los? Ihr seid es heute schon. Wieder irgendwas vom Boss? Wie ihr seht, geht es dem Boss nicht besonders gut. Oh, Palmona. Seht euch den Boss an. Die Trauer um seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Romanz war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Was, ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Sehr interessant, aber wir können dir da leider gar nicht helfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Palmona. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn ihr dem Boss doch nur helfen könntet, seine Tochter wieder zu sehen. Palmona und Romanzo? Waren das nicht die beiden auf der Isla Cousaria? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmona ist? Wirklich? Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bring sie schnell nichts her. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss ja nicht alleine lassen. Genau, wenn ihr ihm seine Tochter wiederbringt, dann legen wir uns bei ihm dafür ins Zeug, dass ihr eure Fahrkarte bekommt. Bitte. Na gut. Wusste ich's doch. Ihr seid eben echte Kumpel. Also, wir zählen auf euch. Ja, dass ich hier keine Abkürzungen habe. Gut, dann holen wir doch mal Palmona, damit wir irgendwann mal auch das sechste Kapitel anfangen können. Das ist, glaube ich, das sechste Kapitel, ne? Wie viele Sterne haben wir denn? Seht ihr das hier irgendwo? Ich denke, ihr wählen. Ja. 5. Oh, Hammer nicht mal. Sind wir schon mehr als die Hälfte mit dem Spiel durch? Oh, das ist ja... Krass. Nach der Legende von mir runter mache ich vielleicht eine Pause mit Paper Mario und dann würde ich direkt mit dem V-Teil weitermachen. Nach dem V-Teil den gehassten 3DS-Teil, dann den V-Teil, dann noch Origami King. Ich muss sagen, die V-Teil und V-Teil sind für mich komplett blind. Den 3DS-Teil habe ich gespielt. Ich fand das jetzt nicht wirklich schlicht, aber jetzt im Vergleich mit den anderen Teilen vermisse ich schon das Erkunden von der Overworld, weil ja nur so ein Level-Abschnitt. So, wo sind die beiden dann? Können ja sonst wo sein. Sind die da vielleicht auf dem Schiff? No. Wo könnten die sein? Die wirklich mal, wo sind die denn? Oh, Mann, so ein paar Mädel wo sind. Lass uns mal herumfragen, ob jemand etwas... Ah, okay, wir sollten uns erstmal herumfragen. Ja, macht Sinn. Ich meine, die waren letztens noch hier. Das hier ist doch keine unbewohnte Insect, die sind bei hier. Hey, Bond, haben lange nicht gesehen. Die jungen Leute, die sind in den Dschungel gegangen. Sie wollten etwas suchen, haben sie gesagt. Okay, in den Dschungel. Ab in den Dschungel. Oh, da sind wir. Oh, Mario? Schön, dich zu sehen. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Was, der Boss? Einfach umgekippt? Das ist ja... Ausgerichtet jetzt! Also ehrlich gesagt, ich habe irgendwo auf der Insel meinen Ehring verloren. Und ohne meinen Ehring kann ich die Insel natürlich nicht verlassen. Wir waren nur an einem Badfelsen. Weiter weg kann er also nicht sein. Aber Pamina... Der Boss, dein Vater, soll man den Ring da nicht einfach vergessen? Oh, manso, was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe. Du findest diesen Ring. Oder willst du etwas sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Natürlich liebe ich dich, Pamina. Das ist nicht genug. Hundertmal musst du sagen, dass du mich liebst. Was? Los, sag es mir, wenn du dich liebst. Äh, also... Pamina, ich liebe dich. Ist das genug? So nicht, Romanso. Noch 99 Mal. Los, ich liebe dich. Was also? Ich liebe dich. 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 Ich liebe dich 10x. elf mal zwölf mal dreizehn mal 14 mal 15 16 17 18 19 21 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 43 44 45 46 46 48 49 50 das ist doch für button smashing gedacht 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ich liebe dich 99 mal ich liebe dich hundert mal also wie war ich bei mir also wirklich haben wir uns so ja schon auf wir sind nicht allein also gut und jetzt werden wir so schnell wie möglich den ring ob das wohl gut geht wenn du mich fragt mal ist wohl besser wir helfen ihn bei der suche also mehr als im badfeld wart ihr nicht okay dann schauen wir doch mal dann verfolgen mit dem weg zum badfeld zurück wenn ich bei hier hochkomme ich erst jetzt auch schon ein hit kommen wir mal in donnerstag noch mit bisher sich den ring noch nirgends warte da leuchtet was wir haben den ring gefunden das ging schnell das ging definitiv schnell jetzt bitte schön jetzt bitte schön Ja, das ist er, mein Ring. Und du hast ihn gefunden. Romanzu, jetzt können wir auch endlich zurück zu Papa. Dann steht es also fest. Es geht los. So schnell wie möglich zum Bus. Also Mario, wir warten am Hafen. Komm nach, sobald ihr könnt. Sie warten am Hafen. Okay. Dann gehen wir auch zum Hafen. Mario, wir sind bereit. Auf nach Rolingen. Oh Papa, hoffentlich geht es ihm gut. Und zurück nach Rolingen. Ja, bitte. Wunderbar, wir stechen in den See. Die Segel gesetzt und kurz auf Rolingen. 99 volle Flaschen von Milch. Bla, 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 bla. Ja. Guck. 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 schnell lass uns Papa gehen zu Papa gehen, ja ich lese auch nicht mehr die Texte, die da stehen gut, aber wie es mit der Geschichte um Paminas Vater ausgeht erfahren wir in der nächsten Folge ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario die Legende vom Ionentor bis dahin, Tschüdelü bis zum nächsten Mal bei Paper Mario